Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Die englische Woche in der dritten Liga steht an, morgen kommt um 14 Uhr Champions League. Viel Spaß beim Zuschauen, danke fürs Reinschalten bei Pferd in den Kommentaren. Los geht's mit Zwickau gegen Uerding. Der FSV Zwickau war einfach nicht gut genug, um gegen Osnabrück bestehen zu können, aber richtig enttäuscht haben, die Uerdinger dies zu Hause gegen Karlsruhe zu einem 1 zu 3 nur gebracht haben, beziehungsweise eben ein 1 zu 3 am Ende da stehen hatten und keine Punkte zu Hause lassen konnten. Sie spielten hier spät mal nach vorne, in der ersten Halbzeit kaum etwas zu sehen und dann schlägt Osayamen Osave in der 46. Spielminute zu. Nachspielzeit eben da schon angebrochen. Zweiter Durchgang, der KFC Uerding kann hier alles klar machen, ist schon im Strafraum. Osave und Rodriguez mit dem Kopfball nickt das Ding aber nicht ein, sondern drüber. Dann passierte lange nichts und der FSV Zwickau hatte kaum noch Hoffnung, bis dann die Schlussphase anbrach. Dann hatten die nämlich nochmal Lust zu spielen und sie schlugen auch zu. 79. Minute, plötzlich stand es 1 zu 1. Katalis mit dem Ausgleichstreffer. Benz, der Vollert-Vertreter, konnte nicht mehr rankommen und die Schlussphase fast abgelaufen. Und trotzdem nochmal ein Treffer. Doppelpack von Alexandros Katalis, der diesen Spielverlauf komplett auf den Kopf stellt. Am Ende gewinnt Zwickau und Uerding bleibt damit weiterhin sieglos im Jahr 2019. Fortuna Köln konnte in der letzten Spielminute, um genau zu sein, in der siebten Minute der Nachspielzeit noch 2 zu 1 gegen Lotte gewinnen. Gegen den Tabellenführer aus Osnabrück war es aber nicht unbedingt einfacher zu bestehen und das mussten sie ganz früh zu schmecken bekommen. Zwölfte Spielminute, Steffen Tigges nickt das Ding ein. Haider war Verletzter für Tigges von Beginn an dabei und der sorgte dann auch mit diesem Treffer für die Halbzeitführung. Ansonsten war nicht viel zu sehen. Osnabrück stand defensiv gut und brachte vorne die ein oder andere Spitze auf den Kasten. Zweiter Durchgang, Flanke von Alvarez, zweiter Forsten, Benjamin Gürth zum 2 zu 0. 57. Minute und das war schon sowas wie die Vorentscheidung. Und Gürth, der gegen Zwickau gar nicht zum Einsatz kam, nur auf der Bank saß, konnte hier den zweiten Treffer erzielen. Und jetzt war die Möglichkeit da alles klar zu machen. Taffa Tofa, Blacher im Zusammenspiel und Gürth ans Aluminium. Das 3-0 wäre auch etwas zu happig gewesen. Stattdessen Nachspielzeit nochmal Fortuna Köln. Die können ja spät zuschlagen und machen das hier. Erste Minute der Nachspielzeit, Tamdi Damani, sein fünftes Saisontor, aber am Ende langt es zu nichts mehr als zur Ergebniskosmetik. Der Tabellenführer aus Niedersachsen bleibt weiterhin erfolgreich und Fortuna Köln muss die nächste Niederlage nach dem 2 zu 1 in Lotte hinnehmen. Der SV Meppen ist nach wie vor in der Rückrunde überragend drauf. Jetzt auch noch Unterhaching im Alpenbauer Sportpark geschlagen. Gegen die Würzburger Kickers wurde es aber auch nicht einfacher. Trotzdem hatten sie hier die erste Möglichkeit. Nick Proschwitz in der 14. Spielminute bringt den Ball zwar in Richtung des Tores, aber gefährlich wurde es für Drewes dort nicht. Über eine halbe Stunde schon gespielt. Jetzt auch mal die Würzburger Kickers aktiv. Zuletzt 2 zu 2 gegen Braunschweig. Baumann schießt hier auch mal drauf, aber das wurde nicht wirklich gefährlich. Aber die Würzburger Kickers blieben dran. Zweiter Durchgang. Starke Flanke von Kaufmann und Ohana Demi. Stich zu. Zehntes Saisontor. Genau eine Stunde gespielt und die Gäste waren in Führung. Doch sie führten auch schon in Braunschweig zweimal am Ende. Wie gesagt, dieses Remy. Und Meppen drehte jetzt zum Schluss nochmal auf. Keine 20 Minuten mehr zu spielen. Dreves, schöne Parade. Hält das 0 zu 1. Beziehungsweise das 1 zu 0 erstmal fest. Das hätte es in der Szene schon sein können. Aber Meppen, die stärkste Rückrundenmannschaft, blieb weiter dran. Pioszek auf Nick Proschwitz und da war der Treffer. Meppen wollte auf Biegen und Brechen nicht verlieren. Und schlugen dann in der letzten Minute der Nachspielzeit zu. Meppen erarbeitet sich hier. Er kämpft sich und verdient sich vor allem dieses 1 zu 1 gegen Würzburg. Die sind natürlich vollkommen enttäuscht. Der TSV 1860 München konnte mal wieder gewinnen. 1 zu 0 in Wien-Wiesbaden. Gar nicht mal so verkehrt dieses Resultat. Punkte technisch sowieso extrem wertvoll. Die erste Möglichkeit gegen die Spielvereinigung Unterachring gehörte hier Sascha Mölders. In der vierten Spielminute testet er direkt mal Königshofer, der seine Qualität unter Beweis stellen muss. Der hätte nämlich wunderbar unten rechts gepasst. Keine zehn Minuten gespielt und die Löwen hatten richtig Lust. Und Prinz Ozai Owosu machte dann auch in der neunten Minute das 1 zu 0. Schöner Schuss und jetzt konnte sich Königshofer strecken, wie er wollte. Da kam er ja nicht mehr ran. Aber Unterachring jetzt auch mal wie ein Spitzenteam nach vorne und so schlugen sie auch zu. 21. Minute der Ausgleichstreffer und die Führung und die tolle Anfangsphase der Löwen dahin. Zweiter Durchgang, wieder starteten die Gastgeber besser in die Hälfte und Niko Kjager mit dem Treffer. 56. Wieder die Führung für die Gastgeber, aber Unterachring bekam nochmal die Möglichkeiten. Porat legt den ersten in die Mitte, Weber kann es nicht ausreichend klären. Schimmer, Stefan Schimmer legt den Ball zurück. Da ist Dominik Stahl und der hat mal bei 60 gespielt und macht hier sein erstes Saisontor. Ausgerechnet an der Grünwalder Straße. 68. Minute und Ausgleich. Die Löwen mussten jetzt zittern, überhaupt diesen Punkt hier noch mitzunehmen, weil Unterachring klasse, drückte Stefan Hey nochmal, aber nur ans Außennetz. Am Ende bleibt es bei diesem 2 zu 2, das auch leistungsgerecht in Ordnung geht. Unterachring war am Ende etwas besser dran, aber die Anfangsphasen jeweils gehörten den Löwen. Am Ende ist es ein 2 zu 2, das beiden Teams nicht so richtig schmecken möchte. Preußen Münster bekam eine Klatsche von Energie Cottbus. 3 zu 0 verloren sie im Stadion der Freundschaft und die Cottbus erkannten da überhaupt keine Freunde. Hier gegen den FC Hansa Rostock wurde es auch nicht einfacher. Die mussten liefern nach dem 0 zu 0 gegen Groß Asbach. Schlugen sie hier in der 23. Minute das erste Mal zu. Wunderbarer Treffer von Pascal Breyer, der ist super platziert. Und die verdiente Führung für die Kogge. Und sie hatten jetzt die Möglichkeit zu erhöhen, noch im ersten Durchgang. Öztürk in der 38. Minute drischt den Ball, aber rüber. Der war anspruchsvoll zu nehmen und zieht dann etwas zu früh hoch. Ansonsten wäre es ein wunderbares Tor gewesen. Zweiter Durchgang, Rostock blieb weiter dran. Biancardi, Mervili, Biancardi legt nochmal rüber. Etwas zu kompliziert gemacht, aber Pepic legt nochmal auf Mervili. Biancardi. 56. Minute, das hätte die Entscheidung sein müssen. Und so bis zur Schlussphase weiterhin Spannung in der Partie. Preußen Münster glaubte dran und sie bekamen nochmal diese Möglichkeit. Akono auf Kobilanski, kein Abseits. Martin Kobilanski gegen Johannes Gelios. Nein, er trifft nur das Außennetz. Es bleibt beim 1 zu 0. Die Rostocker hätten hier alles früher entscheiden können, vielleicht sogar müssen. Es wird am Ende nicht bestraft. So gewinnen sie mit 1 zu 0 und fahren dann unter der Woche sehr fröhlich wieder. Nach Hause. Das war ein ordentlicher Auftritt der Lauterer am Sonntag. Zu Hause gewann sie mit 4 zu 1 und die Gäste aus Braunschweig hatten immerhin ein 2 zu 2 gerettet gegen Würzburger Kickers. Aber Kaiserslautern startete hier als Haimannschaft besser rein und hatte dann in der 5. Minute auch schon gleich das erste Tor erzielt. Theodor Bergmann steht genau richtig und macht das Ding rein. Aber auch die Braunschweiger hatten durchaus Akzente nach vorne im ersten Durchgang. Nehrich mit dem Schuss. Haino ist im letzten Moment dazwischen und kann die Szene noch entschärfen. Es war ein munteres Spielchen. Ging dann mit diesem 1 zu 0 für Lautern, aber in die Halbzeit. Über eine Stunde gespielt. Standardsituation. Bulut bringt ihn rein und Benjamin Kessel steigt am höchsten. 63. Minute. Zweite Saisontor des rechten Verteidigers. Und im zweiten Durchgang wurden die Gäste dann noch deutlich besser. Ono Bulut wieder über die rechte Seite. Bernd Nehrich wieder mit dem Schuss. Kraus ist aber dazwischen. Und immer wieder war noch ein Beinchen da von den Lauter Teufeln, dass das 2 zu 1 verhinderte. Bis in die Schlussminute nochmal die Braunschweiger nach vorne kamen. Philipp Hofmann wird nicht richtig angegangen. Haut dann drauf. Und in der ersten Minute der Nachspielzeit macht er das 2 zu 1. Der Lucky Punch auf Seiten der Gäste. Und das sind ganz große, ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Für Kaiserslautern wird es vermutlich um nichts mehr gehen. Trotzdem ist dieses abermalige späte Gegentor extrem bitter. Der KSC empfing den VfR Aalen und die Karlsruher konnten ja von Freitagabend an regenerieren. Aber starteten hier tatsächlich etwas lahm rein. Denn die erste Möglichkeit, die wir hier notiert hatten, kam von den Aalenern. Die im ersten Durchgang wirklich nicht schlecht spielten. Verloren zu Hause 0 zu 1 gegen Halle. Und wieder der Aalner VfR. Und dann konnten sie auch zuschlagen. 22. Minute. Lukas Schnellbacher. Und Karlsruher tat sich extrem schwer im ersten Durchgang. Hier kamen sie dann aber nochmal. Pourier und Anton Fink in die Arme von Bernhard, der den Ball parieren kann. Im zweiten Durchgang wurden sie jetzt zum Glück besser noch. Die Karlsruher Lorenz mit der Flanke. Am zweiten Pfosten steht Manuel Stiefler. Und Ausgleich. 49. Minute. Das 1 zu 1. Mittlerweile war es auch verdient. Aber der VfR Aalen brach nicht ein, sondern spielte weiterhin nach vorn. Und hatte dann auch die besseren Möglichkeiten. Andrist mit der Flanke. Geier legt den Ball nochmal zurück. Funk auf Matthias Moritz. Und Obhoff mit einer tollen Parade. Er stand weiterhin 1 zu 1. Tatsächlich war es weiter das Glück bei Karlsruher auf der Seite. Schnellbacher nochmal. Schnellbacher. In der Schlussphase testete er nochmal Obhoff. Am Ende hält der hier das 1 zu 1 fest. Über 90 Minuten ist es sogar etwas schmeichelhaft für den KSC. Das 1 zu 1 für VfR Aalen. Eventuell zu wenig. Wahrscheinlich sogar zu wenig. Obwohl sie ein gutes Spiel machten. Nehmen sie nur einen Punkt mit. Jena gegen Lotte am Ernst. Abbe Sportfeld. Es geht um ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Und die Gastgeber waren hier zu Beginn besser. Tietz mit der Flanke. Und Eckert am zweiten Pfosten hält nur noch den Fuß rein. Vierte Minute. Das 1 zu 0. Ganz früh in der Partie für die Gastgeber. Und sie spielten weiter. Kübler wird nicht angegriffen. Jannis Kübler. Traumtor. 2 zu 0 für den FC Carl Zeiss Jena. Erstes Saisontor. Und die absolut verdiente Führung für Jena. Aber Lotte wachte nun auch auf. Gerrit W. kam testet. Kosko, aber der kann es schön parieren. War ja extrem ärgerlich für Lotte. In der 91. Minute gegen Fortuna Köln das 1 zu 1 gemacht. Dann wiederum in der 7. Minute der Nachspielzeit noch einen Treffer kassiert. Sie wollten es jetzt im zweiten Durchgang besser machen als im ersten. Vor allem als sie die Gegentore fingen. 51. Minute Wendel mal mit dem Schuss. Der ging aber nur ans Außennetz. Über weite Strecken war es zu glücklos im Abschluss. Und dann etwas zu wenig zielstrebig. Trotzdem kam sie nochmal. Chateau gegen Koskoa. Nachschuss von Österhellweg. Aber in den Orbit. Es war am Ende nicht mehr drin für Lotte. Sie hatten im ersten Durchgang einfach zu lange Zeit verpennt. Und so verlieren sie dann gegen Jena am Ende des Tages. Nicht ganz unverdient. Groß Asbach gegen Wien Wiesbaden in der Mechatronik Arena. Trafen diese beiden Teams aufeinander. Groß Asbach spielte mal wieder 0 zu 0. Wie sie das gerne haben. Hier hatten sie aber früh die Möglichkeit in Führung zu gehen. Jan Jitsch gegen Kolke. In der 5. Spielminute hätten die Gastgeber schon in Führung gehen können. Glück für Wien Wiesbaden hier in der Anfangsphase. Dass sie noch nicht in Rückstand gerieten. Aber auch die Gäste. Klar mit dem Zug nach vorne. Gül. Schöner Pass. Und der kommt durch auf Daniel Kofi. Chiere. 9. Minute. 1 zu 0 für die Gäste. Und damit war es mit dem 0 zu 0 dahin für Groß Asbach. So konnte es nicht zu Ende gehen. Und vor allem ging es nicht mal mit dem 0 zu 1 in die Pause. Sie erhöhten die Wiesbadener. Manuel Schäffler mit dem 2 zu 0 nickt das Ding oben rechts rein. Nichts zu halten für Broll. Der gegen Rostock eine starke Partie an den Tag legte. Hier wurde er von seinen Hintermännern alleine gelassen. 53. Minute. Schäffler mit dem 3 zu 0. Jetzt war spätestens alles entschieden. Groß Asbach versuchte sich nochmal an der Ergebniskosmetik. Und das machten sie dann auch ganz gut. Zlatko Janjic 62. Minute zum 1 zu 3. Das war aber der Schlusspunkt in einer torreichen Partie. Am Ende sind es vier Treffer ungerecht verteilt. Beziehungsweise ungleichmäßig verteilt. Gerecht war es auf jeden Fall, dass Wien hier die drei Punkte mit nach Hause nimmt. Ein fantastischer Ostkracher im Erdgassportpark zu Halle war Energie Cottbus zu Gast. Und die hatten 3 zu 0 gegen Münster gewonnen am Samstag. Und Rangelow bringt hier Streli Mamba gleich mal in Position. Fünfte Minute, neunte Saisontor für Mamba. Und die Gäste führten auf einmal. Halle ja als Aufstiegsaspirant hier in die Partie gegangen. Sah aber eher andersrum aus. Als wenn hier Streli Mamba zu der Mannschaft gehörte, die da oben ganz weit mitspielt. Und Halle eben im Abstiegskampf steckt. So wie eben Energie Cottbus das tut. Anfangsphase gerade vorbei. 20. Minute und es stand 0 zu 3. Nicht zu fassen. Nach Doppelpack Mamba. Traumtor von Marcelo Freitas. Zweiter Durchgang. Björn Juppe kriegt keinen Zugriff. Beziehungsweise kein Druck. Und die Energie Cottbus Verteidigung bekommt keinen Zugriff auf ihn. Nur noch 1 zu 3. Sie glaubten dran. Viertelstunde aber nur noch auf der Uhr. Zoom auf Lindenhahn und fast der Anschlusstreffer. Das hätte für die Schlussphase sicherlich nochmal richtige Hitze reingebracht. So blieb es bis in die letzten Minuten beim 1 zu 3. Und Energie Cottbus konnte sich tatsächlich nach vorne nochmal melden. Eckstoß von der rechten Seite. Schlüter Mamba an den Pfosten. Eisele ist noch dran. Aber Fabio Viteriti staubt dann ab. 87. Minute 4 zu 1. Das ist am Ende auch zu hoch. Halle hat aber nicht den besten Tag erwischt. Die Auswärtspunkte gehen eben dementsprechend nach Cottbus. Und das absolut verdient. Jo, das war es dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und Tschüss. Bis zum nächsten Video. Untertitelung. BR 2018